Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuen Part, der Aether 2 Part Nr. 16, mit dem Browser-Maus. Hi, ja, na ja. Wir sind hier immer noch in meinem Super-Duper-Dungeon und erkunden die Welt. Und da ist voll der krasse Gollum. 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 What a Schneidebacke. In welchen Dungeon bist du auch ein? Komm, boah, keine Ahnung, voll weit weg. Der ist voll gef... Wie wird schwindelig? Nein, 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 oh Gott, okay, das tut. Nein, ist mir schuld. Alter, 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 hör auf damit, hör auf damit. Boah, war alles übel. Ist zu, nein, nein. Boah, sind die Dinger hart, ey. Okay. Alter. Held, äh, genau, wollte ich jetzt nicht wissen, aber. Granatenbacke. Das sind wie diese komische... Die explodieren! Explodieren! Wow, das ist ne Chest, die rennt! Ey, die ist voll voll gut. Nein, noch eine! Ja, die ist gut, ich merk's grad. Toll, und was traub ich von den Chests? Woa! Ey, diese... Boah, sind die mies. Ich würde gern auch Spaß haben, aber nein. Kass, Mann, was ist das? This door seems to require three keys. Fragments. Perhaps they are elsewhere in the... Hallo, ich will weiterlesen. Elsewhere in the dungeon. This door seems... Achso, hab ich schon gesehen. What is das? Mann, sind Dungeons cool. Wow! Wow! Shit! Nein, ich komm nicht mehr... Nein, nicht dein Ernst. Okay, doch. Boah, ist das cool, ey. So, was bringt das jetzt hier unten? Mann, wer das programmiert hat, ey. Danke. Ja, bitte. Oh Gott, ich bin das Monster. What? Nicht schon wieder dieses wie... Oh, Gott, ist das heftig, man. Alt, alt, alter. Alt, alt, alter. Ah, nein, ich hab kein Schmerz mehr. Boah, doch, mein Sonid. Das ist cool. 48 Münzen und Level 18. Kommt, ey, jetzt töte ich euch, jetzt töte ich euch, jetzt töte ich euch, jetzt töte ich euch. Alle, 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 alle. Boah! Boah, ist das mies, 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 ist das mies. Ich muss abbauen, ich muss abbauen. Ja! Oh, dieser explodierende Slime. Nein! Nein, ich wusste, dass es die Chest ist, die spricht. Spricht? Okay. Oh Gott, tot, 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 tot. Stirbst du jetzt endlich? Eineinhalb Herzen, Mann. Ach schau. Alter, wie cool. Wie cool, Mann. Ich geh wieder raus. Na, nicht mehr noch die Chester-Kunden. Ja, ich soll das mein Leben aufhören. Huiuiuiuiuiuiui. Doch wegschau. Oh, das taucht ja. Ewig. Hä, wo war das denn jetzt? Ach da, ja. Alter. No. No. Ei. So. Geh weg. Oh, das ist nur wirklich ein Keks und Kakaobohnen. In Ernst. Reicht doch für dich. Ja, es soll eben nicht für Tee. Ja, ich kann die Steine abbauen. Ja, ich kann die Steine abbauen. Ich frag mich echt, wenn man, wo man ist, wenn man sich hier komplett durchgebaut hat. Nein, die Spawner noch mehr. Wenn man hier außerhalb des Dingens ist. Gott sind die übertrieben. Dann kann ich außerhalb kommen. Nicht? Nee. Auch nicht im Creative. Ich geh da mal wieder heim. Hallo. Das war ja lustig grad, man. Ein Erlebnis. Ich komm raus und ich hab das geträumt. Ja, mein Problem ist grad, ich weiß nicht, wo ich herkomme. Scheiße. Wie? Meine ganzen Level sind wieder weg? Au. Ich bin vergiftet. Oh Gott. Was ist das denn? Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Wie lange hält das? Brows, wie lange hält das? Weiß ich nicht. Brows, wie lange hält das? Ich hab jetzt 5 Sekunden gehalten oder 10. Okay, das ist weg. Das ist voll die Panik. Ey, Mann. Alter. What? Es bin struck with frostbite. Was ist das denn? Alter. Alter. Nööööööö. Nööööö. Ey, Mannее. Ich glaube, du verstehst dich beim Internet nicht so gut. Doch, doch. Scheiße. Nee, im Scheiß Dungeon sterbe ich nicht, aber von so einem Pustelblumenbums hat der explodiert. Ah, das war der Blitz. Genau. haupt mir nicht so miesig also so seit hardcore hat sich über alles mehr als alles anders selbst mehr als mein opa ne ich dachte schon da brauche ich mir schnell den baum auf den du nicht ganz abgebaut hast nachdem du ja faul warst ja faul aber nicht daran dass ich in part sterben hätte wie kann man doch im baum komplett abbauen dann bist du voll ganz einfach und ließen toll jetzt meine ganze zeit ja nein ich weiß vielleicht noch roundabout ungefähr wo das war aufzulegen vielleicht weiß ich noch wo das war auch schon fast 100 von da gibt es das zeug da noch nee das ist dann für immer weg ist hardcore ist ja da oben war ich nicht im dungeon kam von hier vermute ich schönes häuschen und bist du bist du bin am haus gerade vorbeigelaufen und suche meine sachen fahren der spiel voll weit weg oder weiß ich so mit falschen danschen drin ah ja da warst du hier wahrscheinlich sondern da warst du drin oder gut dann weiß ich dass ich anders gegangen bin nie da bin ich hier wo ich bin ich war mal kurz ich bin sogar eine schlucht und ich habe kein erst mal gewesen ach ich habe einen goldenen abgeben essen er stimmt ich bin irgendwo runtergegeben ich habe ich bin irgendwo vor die krippe runtergefallen die sah genauso aus wie die krippe von unserem haus auf die krippe ist aber das ist es ist der stück ... ... ... ja es ausser als welche runtergefallen stand am baum ... ... ... ... weiter davon Ufa hat denn das wo bin ich ein langer Kunde umgegangen ja ich weiß es nicht außer der Stops ganz schnell eine Aufnahme und schaust es dir an bin ich hier lang ich habe gesagt okay wort sich dann gehe ich ein bisschen was erkunden bin hier hinter gerannt das weiß ich so du bist jetzt einfach im Kreis gelaufen bin hier hinter gerannt ha ha ho dann haben wir nicht aber nicht hier auf gegangen und ich war auch nicht hier ho ho vielleicht war das doch der Dungeon da rechts na ich bin schon ein ganzes Stück gerannt als ich rauskam ich kann dir das nur so vor ja das war noch so ich hätte nur noch 33 jahre aus wie bei dir ja aber dann wärst du bei uns im Haus gewesen weil das ist die nächste Schlucht die in der Richtung irgendwie ist oder ich bin in die falsche Richtung gerannt es war nicht hier auf so einer Insel bin ich mir sicher es war irgendwo anders das kann aber nicht wahr sein ach schade ich habe keine Pfeile schade schade Schokolade hm Detektiv muss ran hier Detektiv Conan ach ich werde mein Zeug nie wieder finden ich kann wieder von vorne an fuck all der Zeugs Verlierer oh man ich war so gut nein meine Münzen sind ja auch weg nein wieso sollen die denn da sein ich hatte irgendwie 54 oder so wow nix wow du hast vielleicht 12 ja ich bin wieder im Haus oh es ist mies ey man magst du nicht vielleicht noch äh äh das Haus weitermachen ja oder bin ich doch hier hoch »Kommst du?« »Hier ist ein Dungeon« »Ich weiß sicher nicht in dem Dungeon« »Bist du in der Nähe von dem Dungeon gestorben dann?« »Ja ein Stück weiter schon« »Ja aber vielleicht bin ich auch hier lang gerannt« »Nee da ist ja Abgrund« »Hö?« 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 Nein, ich will meine Coins wieder, die waren so schön, so blau. Hat er sich so rich gefühlt damit? Ja! Ich bin schon mit acht Stück rich gefühlt und dann mit 54! Da war ich ja der rich is the rich boy of all the rich girls. Ah, okay. Ja, weißt schon. Mhm. Mhm. So. Naja, mir ist halt weg. Naja, bis halt scheiße. So, ich mach nochmal schöne Schweren und alles drum und dran, dann geh ich wieder an den Dungeon. Eigentlich aber mit. Boah. Das ist perfekt, sag mal, Antrieb, du bist ja ein Ingenieurarchitekt. Ingenieurarchitekt. Sag mal, meins nicht, dass das ein bisschen dunkel ist, da soll's. Ja, stimmt, die gibt's ja, die gibt's ja Glas, ne. Das können wir doch holen. Ja. Das ist doch kein Problem. Was da unterwählt? Ich fange mal wieder von vorne an. Kann es mir nicht noch irgendwas geben? Äh, was brauchst du? So, von der Frage. Danke. Das kann dir geben. Sinate? Ja, geil, weiß nicht schön. Ach, drei. Im Ernst. Hallo? Den hab ich nicht. Kann dir noch ein bisschen Holz geben. Was ist mit Sinate? Hab ich nicht. Warum? Ich musste das Haus bauen. So. Mhm. Na gut, dann mach ich mir ein Schwert oder eine Schaufel. So, ich hab jetzt mal ein paar Ambrosium Torches. Gut. Ich seh noch keine. Ich hab auch gesagt, ich mach das welche. Warum ist hier der Balken in der Wand und hier steht er ab? Ups. Warum? Wuxst du dich? 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 Hallo? Weil ich hier auch so ist. Voll hässlich. Nee, ich seh von oben zu oben. Na ja, okay. Also ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Ich hoffe, es sehen wir uns im nächsten Mal. Tschüss und auf wieder.